Hallo und herzlich willkommen bei Sprungwurf TV, die SH-Liga kurz und bündig. Moin auch an Alexander Thoms, er mit der HSG Mönckebergschen Kirchen in den orangenen Trikots mit einem nie gefährdeten Start, Zielsieg gegen den TSV Sieverstedt. Und so ist es passiert. Erster Wurf, erster Treffer, Morten Darmke. Die Gastgeber kommen richtig gut rein in ihr erstes Saisonspiel, können schnell auf 4 zu 1 in Front gehen. Dann Alexander Thoms, eben noch am Winken, jetzt am Treffen. 5 zu 1 die schnelle Führung. Was ist mit den Gästen? Die haben ja schon einen Sieg in der Tasche, letzte Woche gegen Stockelsdorf gewonnen. Hier trifft Holthusen 8 zu 4, aber Mönckeberg weiter vorn. Vorlage kam von Philipp Christoph und der ist hier wieder maßgeblich beteiligt mit der 19. Diesmal macht er es nämlich sogar selbst. 10 zu 6, aber weiter die 4-Tore-Führung für Mönckebergschen Kirchen. Die spielen es einmal mit dem Kopf durch die Wand, aber am Kreis wartet Bendix Schröter. 14 zu 8 und das regt hier Sieverstedt extrem auf. Sieverstedt arbeitet sich dann aber weiter rein in die Partie. Fantastisches Tor. Eggers 17 zu 11. Aber Mönckeberg kann da schon zeigen, in welche Richtung hier das wahrscheinlich geht. Thoms bekommt von Hinch den Ball. 18 zu 11. Das Halbzeitergebnis. Kann Sieverstedt da nochmal was drehen? Wegen Corona kein Seitenwechsel weiter. Mönckeberg von links nach rechts. Was ist mit Sieverstedt? Ball geht raus auf links außen. Da steht Preuß. Und hier sehen wir schon, was Mönckeberg an diesem Tag auszeichnet. Immer wieder geht es schnell nach vorne. Immer wieder eine schnelle Antwort. Zwei Minuten für Holthusen. Aber auch Sieverstedt kann durchaus schnell spielen. Mats Hilgenstöller. Hilgenstöller. 25 zu 19. Da waren es in Anführungsstrichen nur noch sechs. Und dabei bleibt es auch vorerst. Hier trifft Preuß. 28 zu 22. Wieder der Sechstore-Rückstand. Sie werden in der Deckung deutlich offensiver, wenn hier überhaupt noch was gehen sollte. Aber da stehen Sie alle Spalier für Mönckeberg-Schönkirchen. Das geht natürlich viel zu einfach. Das darf auf dem Niveau einfach nicht passieren. Und das sind auch die Gründe, warum es an diesem Tag eben in Richtung Mönckeberg ging. Das Handballpendel. Philipp Jürgensen hier aber durchaus mit einem sehenswerten Treffer. 32 zu 25. Und auf der anderen Seite Torben Hinsch mit dem Schlusspunkt. 33 zu 25. Gewinnt die HSG Mönckeberg-Schönkirchen gegen den TSV Sieverstedt.